Hallo, ich bin Gabriele Vollmer, eine der Initiatorinnen des Wissensmanagement MOOC 2016. MOOC steht für Massive Open Online Course. Das sind offene, kostenfreie Kurse im Internet. Unser MOOC beschäftigt sich mit dem Thema Wissensmanagement, also dem intelligenten Umgang mit Wissen und Know-how in Unternehmen, öffentlicher Verwaltung und Non-Profit-Organisationen. Für Peter Drucker ist die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts, Wissensarbeit produktiver zu machen. Diese Herausforderung betrifft uns alle als einzelne Wissensarbeiter, aber auch Organisationen, die sich zu lernenden Organisationen entwickeln müssen. Doch wie kann das konkret aussehen? Wie können wir alle der täglichen Informationsflut begegnen? Wie können Organisationen aus Erfahrungen lernen, den Verlust von Wissen vermeiden, die Entstehung von neuem Wissen unterstützen? Viele Fragen, mit denen wir uns in unserem MOOC intensiv beschäftigen wollen. Und zwar mit dem Ziel konkreter Praxisorientierung. Das heißt, konkrete praktische Werkzeuge und Good-Practice-Beispiele aus Unternehmen und Organisationen stehen im Mittelpunkt. Der MOOC soll kostenfrei für alle Wissensarbeiter zur Verfügung stehen. Das heißt prinzipiell alle Mitarbeiter im Unternehmen. Natürlich auch Mitarbeiter in IT, Personalbereich, Qualitätsmanagement und Wissensmanagement, die mit dem Thema insbesondere konfrontiert sind. Und natürlich Hochschullehrern, Lehrern und Studierenden. Hallo, ich bin Dirk Liech, der andere Initiator. Welchen Nutzen haben Sie als Teilnehmer am Business Management MOOC? Zum einen lernen Sie das Thema ganzheitlich kennen und haben so die Chance, Ihre eigene individuelle Strategie zu entwickeln, wie Sie zukünftig effektiv und vor allem bewusst mit Ihren Erfahrungen, mit Ihrem Wissen, mit Ihren Informationen umgehen. Dazu lernen Sie nicht nur viele innovative Methoden und Vorgängsweisen kennen, sondern probieren die selber aus und sehen so, was zu Ihnen passt. Am Ende können Sie auch wohnschnitt Teilnahmebestätigung erhalten oder sogar an der mündlichen Prüfung teilnehmen und ein richtiges Zertifikat bekommen. Warum brauchen wir nun Ihre Unterstützung? Die Aufwände und Kosten für so einen MOOC sind doch relativ hoch und wir haben keine Teilnehmergebühren. Welchen Nutzen haben Sie persönlich davon, wenn Sie uns unterstützen? Sie fördern einen dauerhaften, qualitativ hochwertigen, multimedialen Lerninhalt zum Wissensmanagement und zum intelligenten Umgang mit Wissen. Das können Sie zukünftig in Ihre eigenen Lernangebote importieren, nutzen, Ihre Mitarbeiter damit qualifizieren oder interne und externe Zielgruppen ansprechen. Sie können das auch als Basis für innovative Methoden verwenden. Testen Sie nochmal ein Flipped Classroom Seminar oder ein Enverted Classroom Angebot auf Basis dieses Lerninhalts. In 2016 besteht natürlich die Möglichkeit, dass Sie sich selber weiterqualifizieren oder Ihre Mitarbeiter weiterbilden darüber. Und Sie haben natürlich die Chance, Ihr Image weiter zu verbessern als lernende, innovative Organisation, da Sie dauerhaft als Unterstützer und Ernebler von diesem freien Lerninhalt genannt werden. Nun hoffen Gabriele und ich, dass wir Ihnen ein paar Punkte genannt haben, uns zu unterstützen. Und noch viel mehr hoffen wir, dass Sie und ganz viele von Ihren Mitarbeitern im Herbst beim MOOC mit dabei sind. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Sommer und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.